Hallo liebe YouTube Zuschauer, heute starten wir ein neues Videoformat namens Kurz Erklärt. Das werden Videos sein ohne Ansprache, Intro oder Sonstiges, also wirklich nur das Allerwesentliche, um den Sachverhalt nachvollziehen zu können. Da es in den nächsten Videos in der Gleichstromtechnik-Serie häufig ums Messen geht, geht es in diesem Video um die Basics der Strommessung und der Spannungsmessung. Messgeräte für die Strommessung heißen Strommesser oder Ampermeter. Und deshalb ist das Schaltzeichen dafür auch ein Kreis mit einem großen A darin für Ampermeter. Beispiele für Strommesser sind Strommesszangen oder Multimeter, letztere kennen wir ja schon aus dem Video zum Ohmschen Gesetz. Messgeräte für die Spannungsmessung werden Spannungsmesser oder Voltmeter genannt. Das Schaltzeichen für Spannungsmessgeräte ist ein Kreis mit einem V darin, wie für Voltmeter eben. Beispiele für Spannungsmesser sind Oszilloskope oder auch wieder Multimeter. Schauen wir uns jetzt jeweils eine einfache Messschaltung an. Fangen wir mit der Strommessung an. Das ist ein einfacher Stromkreis mit einer idealen Spannungsquelle und einem Widerstand. Jetzt ist die Frage, wo kommt das Ampermeter hin, um den Strom zu messen? Bei der Strommessung wird das Messgerät immer in den Strompfad geschalten. Man sagt ja auch, in Reihe zu den anderen Elementen geschalten. Das sieht dann so aus. Interessant ist hier auch der Widerstand RA des Messgeräts. Wie muss der jetzt im Vergleich zum Lastwiderstand RL sein? Wir wollen den Strom ja nicht mit unserem Messgerät verändern. Hätte das Messgerät einen großen Widerstand, würde der Strom in der Schaltung kleiner werden. Deshalb hat das Messgerät nur einen sehr kleinen Widerstand bei der Strommessung, um den zu messenden Strom möglichst wenig zu beeinflussen. So, wie sieht es dann mit der Spannungsmessung aus? Der Stromkreis ist hier zunächst der gleiche wie bei der Strommessung. Wo kommt jetzt das Voltmeter in die Schaltung? Wie wir wissen, herrscht eine Spannung immer zwischen zwei Punkten. Also muss auch das Voltmeter zwischen zwei Punkte geschaltet werden. Wenn wir hier die Spannung UL über den Widerstand messen wollen, sieht das so aus. Man sagt ja auch, dass das Messgerät parallel zum Widerstand geschaltet wird. Auch hier können wir uns wieder die Frage nach dem Widerstand des Messgeräts RV stellen. Muss da jetzt deutlich größer sein als der Lastwiderstand oder kleiner? Wir wollen hier wieder die eigentliche Schaltung ohne Messgerät möglichst nicht verändern. Wenn der Widerstand des Messgeräts klein wäre, würde ein großer Teil des Stromes durch den Messgerätspfad fließen. Der IV wäre also sehr groß. Außerdem würde sich der resultierende Gesamtwiderstand aus RL und RV im Vergleich zum vorherigen Zustand, also nur RL, stark ändern. Mehr dazu dann im Video zur Parallelschaltung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Widerstand RV des Voltmeters muss sehr viel größer sein als der Lastwiderstand RL. Dann fließt ein Großteil des Stromes weiterhin durch den RL und der Widerstand der Schaltung ändert sich nun minimal. Gut, damit kennt ihr jetzt die Basics zur Spannung und Strommessung. Wie fandet ihr denn dieses kurzerklärt Format? Soll ich das öfters machen? Lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.